Ich zeige euch heute ein paar Übungen rund um das Handgelenk. Wann kann es denn zu Beschwerden kommen? Meistens dann, wenn man sich einseitig bewegt oder wenn man das Gelenk auf Dauer überlastet. Möglich durch unterschiedlichste Bewegungen. Um hier Linderung zu schaffen, biete ich unterschiedliche Möglichkeiten an, um hier ein bisschen zu mobilisieren und zu dehnen. Einfach zum Stehen kommen, Knie leicht beugen und mal in den Öffnen und Schließen der Finger kommen. Die Schultern dabei locker lassen und das Ganze jetzt ein bisschen schneller machen, dass die Unterarme versorgt werden und auch mal richtig ausschütteln, richtig schnell und fest, sodass man die Finger gar nicht mehr sehen kann. Sehr schön. Dann reiben wir die Hände mal richtig gegeneinander, so als würden wir die Hände waschen, auch die Finger mal ineinander greifen, die Finger gegeneinander reiben. Wenn man das Handgelenk hier bearbeitet, gucken wir immer, dass auch der Bereich darüber und darunter gut versorgt ist. Die Hände nochmal richtig fest reiben, dass die Durchblutung gefördert wird. Dann gehen wir in ein Kreisen der Handgelenke. Wichtig ist, das Gelenk wirklich auch mal voll durchzubewegen. Dann gehen wir in alle Bewegungsrichtungen, die das Handgelenk machen kann. Also es ist ein nach oben aufklappen und nach unten. Meistens geht das nach unten einfacher als das nach oben. Deswegen nimm die Betonung auf nach oben. Dann das Handgelenk gerade bringen und mal in eine Rechts-Links-Bewegung gehen. Das kann man genauso gut auf den Tisch machen und die Hand hier auf den Tisch lassen oder das Ganze jederzeit natürlich frei. Dann gehen wir in eine Drehbewegung, die Finger dabei spreizen und nochmal die Handgelenke kreisen in die eine und in die andere Richtung. Ein bisschen ausschütteln. Dann faltet die Hände. Schaut, dass Daumen und kleine Finger sich berühren. Nimmt die Ellenbogen nach außen und dann schiebt man die Hände nach unten und langsam nach vorne. So richtig, vielleicht streckt ihr euch manchmal in der Früh. So guckt, dass die kleinen Finger und die Daumen beieinander bleiben, so dass wirklich die Beuger mal in eine Streckung gebracht werden. Das Greifen hat man ja im Alltag viel häufiger als das sich strecken und dehnen. Man kann hier auch in so ein kleines Pulsieren gehen und dann wieder lösen. Die Finger einzeln bewegen. Hervorragend ist es auch jeden einzelnen Finger einzeln zu massieren. Man beginnt am besten beim Daumen. Mit dem anderen Daumen kreist man um das Grundgelenk rum. Man kann den Finger weiter massieren, die Enden mit Daumen und Zeigefinger ein bisschen gegendrücken und dann wie eine Art Brennnessel machen. Vielleicht kennt man das noch aus der Kindheit. Die Haut verschieben in die eine wie in die andere Richtung. Das löst auch kleinste Verklebungen und das kann man jetzt mit jedem Finger Gelenk machen. Das Grundgelenk mit dem Daumen in kreisenden Bewegungen nach rechts und links massieren. Den einzelnen Finger weiter massieren mit Daumen und Zeigefinger. Hier die Enden ein bisschen zueinander drücken. Man kann ganz sanft den Finger auch leicht vom Gelenk wegziehen. Brennnessel und wir gehen zum nächsten Finger. Das kann man mit allen Fingern machen. Einfach zwischendurch, um Verklebungen zu lösen, mehr Mobilität zu schaffen. Den Atem fließen lassen. Gucken, dass die Schultern dabei locker sind. Wer trockene Hände hat, kann natürlich das verbinden mit dem Eincremen der Hände. Dann geht die Lotion noch intensiver in die Haut. Ich mache das wirklich mit jedem Finger. Massieren. Ein bisschen wegziehen. Man kann den Finger auch einzeln bewegen. Finger fest umschließen und drehen. Und wenn man jetzt die Finger bewegt, Handgelenk kreist, merke ich einen Unterschied zwischen der aufgewärmten Hand und der, die ich noch nicht massiert habe. Ich empfinde das alles ganz angenehm. Deswegen schaffen wir einen Ausgleich auch auf der zweiten Seite. Grundgelenk mit dem Daumen in kreisenden Bewegungen massieren. Den Finger weiter massieren. Die Enden sanft zusammendrücken. Eine Art Brennnessel. Bisschen wegziehen und das vom Zeigefinger weitergehend. Bisschen zusammendrücken. Mittelfinger. Grundgelenk kreisen. Finger weiter massieren. Enden zusammendrücken. Leichtes Ziehen. Brennnessel rechts, links. Gehen noch zwei Finger. Rechts, links. Bisschen ziehen. Mit dem Ziehen sollte man relativ vorsichtig sein. Wer hier weiß, er ist sehr, sehr mobil. Eher sanft oder das Ziehen weglassen. Auf der anderen Seite kann das aber auch Raum schaffen, wenn man den Daumen und den Zeigefinger nimmt und hier an Daumengrundgelenk und auf der anderen Seite greift, ganz sanften Zug gibt, das Handgelenk locker lässt, dann entsteht ein bisschen mehr Raum im Handgelenk. Nur zu empfehlen für die, die nicht überbeweglich sind oder eher Bänderschwäche haben. Wer aber hier eine Enge spürt und Mobilitätsstörung hat, kann das Raum schaffen sehr angenehm sein. Auch wieder ein bisschen bewegen, kreisen. Das Ganze auch bei einer anderen Hand. Von oben greifen. Daumen an das Grundgelenk. Zeigefinger von oben. Sanft zieht der Arm in die eine Richtung, der Ellenbogen in die andere Richtung. Zwei, drei Atemzüge halten, wieder lösen, kreisende Bewegung machen und zum Abschluss dehnen wir noch einmal die Fingerstrecker. Das kann man frei machen oder an einem Schreibtisch. Dreh eine Handfläche nach oben, greif mit der anderen Hand von oben und zieh die Finger sanft nach unten. Schieb die Handwurzeln nach vorne und nach unten. Man kann das unterstützend an einer Wand machen oder auch hier an einem Tisch. Ellenbogen leicht beugen und die Finger dann hier gerne mal richtig aufspreizen. Man kann sich auch ein bisschen vor und zurück bewegen. Langsam zurück. Immer zwischendrin wieder mobilisieren, kreisen, bewegen und ausschütteln. Gehen einmal zur anderen Seite. Handfläche nach oben, Finger greifen auf die Finger und geh in die Streckung. Zieh den Daumen nach außen, lasst den Ellenbogen leicht gebeugt. Schaut, dass ihr nicht überstreckt. Schultern tief. Man kann die Hand gerne auch nach unten schieben. Wichtig ist die Dehnung hier auf der Innenseite des Unterarms. Und wieder lösen, Finger bewegen, ausschütteln, kreisen und dann kann es weitergehen. Diese Übung kann man in jeder Pause machen oder auch nur einzelne Übungen. Entweder nur das Massieren, einmal richtig durchmassieren. Nach dem Händewaschen, was man jetzt so häufig macht, mit einer Lotion eincremen oder die Fingerbeuger und Handgelenksbeuger einmal richtig in die Streckung bringen. Immer wieder kreisen, in alle Bewegungsrichtungen gehen. Viel Freude beim Nachmachen.